Links oder rechts? Rechts! Mir hat es echt gefehlt, mit dir zu singen. Mir auch, wirklich. Oh Mann, ich fass es nicht, dass wir zusammen beim Open aufgetreten sind. Wir hatten irgendwie so eine besondere Verbindung, oder nicht? Ja, das finde ich auch. Außerdem, Luna, ich weiß, ich sag das oft und ich will dich damit nicht langweilen, aber du singst wirklich wunderschön. Danke. Das meine ich ernst. Wir hatten eine super Verbindung, die Leute waren zufrieden, es hat wirklich Spaß gemacht. Was hast du? Ah, du bist mit den Gedanken auf dem Mond. Luna Valente auf dem Mond, ganz normal. Nein, 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 heute stehe ich tatsächlich mal mit beiden Beinen auf der Erde und... Oh Mann, ich habe es so was von satt, ständig darüber nachzugrübeln. Ich sollte jetzt mutig sein und mich mal in Ängsten stellen. Was ist passiert? Okay. Also Simon, ich will dir wirklich schon seit einigen Tagen etwas Wichtiges sagen. Was? Was ist denn so wichtig? Weißt du was, Luna? Ich wusste es irgendwie. Du hast mich anders angesehen, nicht wahr? Ich habe geahnt, dass du mir etwas sagen willst, aber ich war nicht sicher. Und ich wollte nicht einfach sagen, Luna, willst du mir was erzählen, weil... Ja, ja, es ist nur, äh, damit rauszurücken, äh, fällt mir schwer und... Äh, ich habe einfach nicht den richtigen Moment gefunden, weil uns immer wer gestört hat und... Ich habe eine gute Nachricht. Jetzt ist der Moment. Es ist der perfekte Moment, denn wir zwei haben gerade gesungen, nur wir sind hier. Allein. Du und ich. Ich, ich bin nervös. Im Ernst? Nein, keine Sorge, ich glaub dir schon. Ich muss nur lachen, weil ich schon genau weiß, wie wir es machen werden, Luna. Und wie? Okay, ich muss dir auch was erzählen. Und ich bin auch nervös. Aber... Wirklich? Ja, wirklich. Aber ich erzähl's dir trotzdem. Und danach musst du mir dann deins erzählen, verstehst du? So eine Art Tauschgeschäft. Und den ersten Schritt mach ich. Aber du musst dann auch. Ja, mach ich, klar. Was hast du mir zu sagen? Okay. Ich hab wirklich sehr starke Gefühle. Und ich denke, ich muss es jetzt endlich mal ausbrechen, sonst... explodiert noch mein Herz. Wow. Simon, ehrlich, ich fühle genau dasselbe. Los, jetzt spuck's schon aus, sag es. Na gut. Ich bin verliebt, Luna. Schwer sogar. Ja? In Amber.